Hallo und herzlich willkommen liebe Zuckerfreunde zu einer weiteren Folge mit unserem WM-Start der besser auslaufen soll auf jeden Fall als in Real Life und jetzt spielen wir gegen Korea und ich erinnere mich jetzt gerade so, war das nicht ein absolutes Debakel gegen Südkorea aber hier sieht es jetzt wie gesagt ganz anders aus, wir gehen mal ganz kurz in die Gruppenphase das habe ich ja immer gesagt, wir machen immer in der nächsten Folge, wenn wir zu Ende sind gehen wir mal hier in die Gruppenphase und hier sieht es halt so aus Uruguay und Russland sind bis jetzt weiter und hier ist es Portugal und Spanien, die derzeitig weiter sind hier ist es Frankreich und Dänemark und Kroatien und Argentinien in Gruppe E ist es Brasilien und Serbien fast schon irgendwie wie auch glaube ich in echt die sind ja auch weiter gekommen glaube ich ich weiß gar nicht, ist Schweiz weiter gekommen als Brasilien, weiß ich jetzt glaube ich gar nicht müsste ich jetzt echt lügen hier sehen wir halt leider nicht ganz korrekt und hier schafft es, ich glaube wie auch in Real Life Belgien und England hier ist es Polen und Kolumbien, ich glaube hier hat es Japan weiter geschafft ich glaube Polen und Japan haben es hier geschafft, schreibt es mir sonst einfach mal in die Kommentare und wir gehen einfach mal in die Gruppenphase, das letzte Spiel damit wir uns beweisen können vier Punkte hat Schweden, drei Punkte hat uns, wir sind noch nicht sicher und es muss definitiv ein Sieg her gegen Südkorea ja und da ist es hier, Kazan erbaut 2013 eins der neueren Stadien 45.000 passen rein und wir sagen einfach mal Dankeschön so in Kürze geht es gleich los, Toni Kroos bereitet sich hier schon mal vor auf das wichtigste Spiel Willkommen zu diesem Spiel bei der WM 2018, wir begrüßen Sie sehr herzlich und wir, das sind wie gewohnt Wolf Huss und Frank Buschmann auch von meiner Seite, hallo und ich bin sicher, das wird ein Fußballfest wir zeigen Ihnen heute die Partie Südkorea gegen Deutschland es gibt natürlich echte WM-Spezialisten es gibt Länder, die tauchen immer wieder unter den Viertelfinalisten, Halbfinalisten auf aber ich finde es klasse, dass es auch immer mal wieder ein Außenseiter schafft in den Kreis dieser Top-Teams vorzudringen und das Wolf macht ja den Reiz dieser Turniere aus dass du diese Mannschaften hast, die keiner auf der Rechnung hat, die über sich hinauswachsen da haben wir ihn, Heumingsson, der ehemalige HSV-Spieler und keiner singt mit in FIFA, das ist eine Blamage, das müssen wir sofort dem DFB präsentieren 2010 hat man mit dem Bau der Kazan Arena begonnen und 2013 war es dann soweit, da war die Eröffnung ja, hatte die ein oder andere Verzögerung gegeben aber das Warten hat sich gelohnt, wie ich finde ist eine tolle Arena, sehr stimmungsvoll da können sich die Fans in Kazan wirklich freuen Tejo Lee sieht immer noch irgendwie komisch aus da sehen wir die heutige Aufstellung von Südkorea kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Bushi wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen ja, die flinken Sprinter sind da angesagt das sind natürlich Experten wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Bushi ja, das ist schon immer wieder beeindruckend wie viel Druck sie aufbauen wie sie den Gegner einschnüren wie sie ihn zu Fehlern zwingen und das wird heute die Strategie sein heute Wechsel Draxler ZOM und Wunder von Bern Schmach von Cordoba Ramletor und, 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 und die Spiele der Nationalmannschaft haben häufig historische Bedeutung erlangt und da ist es ja ganz spannend ob man sich in 50 Jahren auch an die Spiele der heutigen Zeit so zurückerinnern wird also ich kann mir schon vorstellen das Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien das kann so ein Status erreichen Okay, jetzt reicht es dann aber auch das habe ich noch kurz mit drin gelassen das war noch irgendwie mal ein geiler Check und jetzt haben wir schon das erste Foul gemacht und hoffen das bleibt erstmal noch ungesühn so, Hector geht dazwischen und, äh, ja wie gesagt, herzlich willkommen ich hoffe ihr habt mehr Spaß als bei der Partie im Real Life weil die war ja wirklich, äh, so was von schlecht und grauenhaft da hat man wirklich gemerkt von den Jungs, äh, die hätten keine Lust aber das gibt wohl, ja, ein bisschen blöde Sonneneinstrahlung, finde ich, ja, hier im Kazan Stadium ja, aber wir schauen mal, das ist eine ganz böse... äh, wow what the fuck und hier seht ihr halt nochmal unsere Gruppenphase ihr seht, wir müssen gewinnen es bleibt uns nichts anderes übrig denn wir haben schon eine Niederlage hinter uns und, äh, nicht nur das äh, wir brauchen auch die Punkte, deswegen, ne also, siegen ist Pflicht meine Güte nochmal hier dachte ich gerade schön im Sonnenstrahl das wird was und dann geht das Ding haarscharf vorbei ja Jogi sagt einfach uuuuuh hoi, ming, 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 hang wen es noch nicht aufgefallen ist Draxler wird jetzt die Position im ZOM von Özil übernehmen ich hab den jetzt mal einfach eingewechselt um Özil ein bisschen zu schonen und der Reus hab ich einfach auch mal auf die Schonbank gesetzt und dafür kommt Julian Brandt und meine Güte ich kann euch sagen Heidewitz ja es geht schon ein bisschen was aber was aber was das weiß ich immer noch nicht aber es sieht auf jeden Fall schon besser aus als das was wir in Real Life abgelegt haben ich versuche auch immer noch so ein bisschen auf Fernschuss zu gehen weil ihn reinzutragen ist wirklich sehr sehr schwierig die Südkoreaner stehen sehr sehr tief und greifen permanent an hohes Pressing ist auch hier in FIFA wirklich gang und gäbe bei den Koreanern und ja Respekt dass sie das so gut durchhalten jetzt hier vielleicht mal die Möglichkeiten Müller und dann steht aber keiner da der den Pass dann einfach mal annehmen kann Koretzka auch sehr schlimm ist es dass der Schiri halt mit seinem hellblauen Trikot halt auch übelst nochmal mit zur Verwirrung beitragen tut und es ist also auch immer schwierig macht zu gucken wer gehört denn jetzt im Endeffekt zu uns hier hat Julian Draxler das nochmal versucht und trifft ein Koreaner eine erneute Ecke wird vielleicht nichts bringen da konnten wir uns einfach nicht wirklich gut durchsetzen so jetzt hier vielleicht nochmal so Müller Müller passt hier oh Guretzka und da ist es 0 zu 1 für Deutschland Und es ist Leon Guretzka der den macht hier sehen wir es nochmal schön von Müller durch die 2 durch dann nochmal schön abgegeben von Timo Werner und dann durch die Beine durch die Beine der Südkoreaner da konnte der Torwart auch nichts machen so schnell konnte er das auch nicht sehen so so real life mäßig so ernst muss man glaube ich auch sein und dann macht er einfach mal das Flötenspiel unser Leon Goretzka. 0 zu 1 für Deutschland nach 44 Minuten. Wir gehen also in die Halbzeitpause bis zum jetzigen Stand mit einem 0 zu 1. Hier vielleicht noch mal Müller die Möglichkeit. Ah, da vergehen wir die Chance. Und das ist es jetzt auch. Wir gehen wirklich noch mit einem 0 zu 1 in die Pause. Man muss schon sagen, die Südkoreaner haben schon enormen Druck gemacht. Sobald wir den Ball gehabt haben, haben die Pressing hoch 3 gemacht, so wie man es eigentlich das auch auf Foot kennt. Wir haben im Moment, würde ich fast schon sagen, zu Recht unser 0 zu 1 geholt. Aber es ist noch ein weiter Weg. Wir machen jetzt weiter in der 2. Halbzeit. Deutschland gegen Südkorea oder auch andersrum, wie ihr es gerne haben möchtet. Es ist immer noch schöner Sonnenschein, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Es sind gerade wirklich knackige 32 Grad hier in Kazan. Das ist für spielerische Verhältnisse. Alles andere als optimal. So, jetzt mal hier Julian Brandt. Julian Brandt. Ach, da kommt Kim Jung um. Kommt zur Seite, ja. Meine Güte noch mal. Leon Grützke hat zwei Schüsse schon raus. Tor geschossen der Koreaner. Einmal hat es dann auch wieder geknallt. So, jetzt wieder unser bester Mann. Dann unser, äh, Toni Kroos. Nochmal. Oh! Und da ist er drin. Es ist wie der Leon Doretzka. Was ist denn hier los? Der Leon, der steht aber sowas von perfekt, ja. Und hier nochmal der zweite. Er hat den schön mit dem Koffer gegeben. Und dann sieht Toni Kroos Leon dort ganz alleine stehen. Und der kann ihn einfach per Volley auf die Spitze nehmen und setzt das Ding rein zum 0 zu 2. Endlich mal eine Reaktion von unserem Bundestrainer Jogi von der Löw. Leon Goretzka, 54. Minute. Er bringt uns definitiv in die Weltmeisterschaft, in die nächste Phase. Ja, und was wollte ich euch sagen? Hier steht das 1 zu 2. Und, ähm, ja. Manuel Neuer ist einfach rausgerannt. Ist dem Ding aber nicht wirklich entgegen. Und die Nummer 6. Ich weiß gar nicht gerade, wer das machen konnte. Äh, und. Oh, okay. Ähm, Hummels hat einfach nur das gestreckte Bein gebracht. Das hat aber nichts gebracht. Und, äh, somit konnte Lee Yong Sung, äh, den fast schon Anschlusstreffer bringen, ja. Also, äh, so einfach geben die Südkoreaner hier nicht auf. So, nächste Ecke. Jetzt hier die Möglichkeit. Ja, und jetzt hier das grobe Foul an Leon Goretzka. So kennen wir halt die Südkoreaner, ja. Die haben auch in real life nicht gezappelt. Ja, aber es gibt hier nur die gelbe Karte. Hier sehen wir es nochmal. Äh, von hinten in die Beine. Also, äh, puh. Also, ich weiß immer nicht. Das ist doch schon fast wirklich rotwürdig, oder? Dafür macht aber Toni Kroos einfach mal. Der hat 3 zu 1. Äh, ich war gar nicht so bereit, dass ich, äh, schießen konnte. Schießen wollte. Egal, was man sagen will. Ähm, er hat einmal getroffen. Er hat das Ding einfach reingesammelt. Hier sehen wir es nochmal. Äh, wir geben einfach nochmal einen ab. Und dann dreht er sich nochmal. Und ich dachte, der bleibt bestimmt wieder an irgendeinem Gegner hängen. Aber nein. Äh, diesmal haben wir richtig Glück. Der Champions League Spieler mit Real Madrid. Er macht das Ding. 3 zu 1. Da hinten sehen wir Semi-Kedira, wer sich freut. 3 zu 1. 1 zu 3 für Deutschland. Leon Goretzka hier gespielte Minuten. 77 von 90. Tore 2 von 3. Schüsse 3. 36 Prozent. Das kann sich doch definitiv mal sehen lassen. Und hier ein Wurf. Nein. Ecke füllt die Koreaner. Können sie da draus irgendwas machen? Nein. Wir können das Ding richtig gut abwehren. Aber der Ball ist noch heiß. 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 Oh mein Gott. So, und wir machen jetzt mal die Auswechslung. Drei neue sollen jetzt mal ein bisschen kommen. Einfach nur, um ein wenig Fitness auch für den Rest des Kaders ein bisschen zu bringen. Denn nach der Gruppenphase wird es richtig schwer. Dann kommen nämlich die Hartenbogen. Oh, Timo Werner konnte sich dann gut durchsetzen. Och, da ist es. Da ist es. Das 1 zu 4 in der Nachspielzeit. Timo Werner konnte sich eben gerade noch mal im Zweikampf gut durchsetzen. Ähm, ja gut, das Tor hätte jetzt nicht sein müssen. Wir sind definitiv weiter. Das steht fest. Aber hier sehr wichtig, dass er sich hier nochmal durchsetzen konnte. Und dann auch nochmal unten links ins Tor reingeballert. Das, äh, ja das ist einfach grandios. Liebe Zockerfreunde, grandios. Muss man halt einfach so sagen. 1 zu 4 für Deutschland. Ja, und damit endet dieses Spiel. Und ich würde einfach sagen, wir sind definitiv weiter in der Gruppenphase. Wir schauen gleich mal. Hier nochmal Handshake zu der Billigkopie von Jogi Löw. Ja, das ist, äh, Kopi Löw. Ja. Schauen wir mal, wie die Gruppenphase weiter ausgegangen ist. So, und unsere Gruppenphase ist dann wirklich so ausgelaufen, dass wir wirklich noch Gruppensieger werden konnten. Mit sechs Punkten konnten wir Schweden noch überrunden. Mexiko hat's gegen Schweden geschafft. Aber es hat einfach nicht gereicht, um noch in die, äh, K.O.-Phase, über die K.O.-Phase rauszukommen. Deswegen ist Deutschland und Schweden weiter. Ja, und als nächstes hat dann wirklich noch, äh, ich denke mal auch wie in real life war's dann so gewesen. Äh, warte mal ganz kurz. Ja, nach drei Spielen, äh, ist es halt wirklich soweit. Äh, die Jungs haben's, äh, geschafft. Ähm, aber ich gucke mal einfach. So, liebe Zockerfreunde, und hier sehen wir das Spiel der Spiele. Die Achtelfinalrunde. Und, äh, da geht es aus, äh, oh, da haben schon einige gespielt. Oh, ich seh's schon. Ah, ja, okay. Uruguay hat gegen Spanien gewonnen, zieht damit ins Viertelfinale gegen Frankreich. Die haben im Elfmeterschießen, denke ich mal, ein 5 zu 4. Äh, ja, das wird wohl Elfmeterschießen auf jeden Fall gewesen sein. Hat sich's auf jeden Fall durchgesetzt. Hier gibt's in FIFA nicht allzu viel, äh, äh, Elfmeterschießen. Also im Viertelfinale trifft Uruguay auf Frankreich. Oh, sehr harte Konkurrenz. Brasilien schlägt natürlich die Schweden mit 3 zu 0. Und Belgien, äh, schlägt die Kolumbianer mit 3 zu 1. So treffen Brasilien und Belgien aufeinander im Viertelfinale. Portugal schmeißt leider Gottes schon sehr früh hier die Russen raus mit 4 zu 1. Und ja, 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 Dänemark schmeißt Kroatien raus mit 2 zu 0. Sehr schön. Die haben nämlich die Engländer fertig gemacht. Ach, das hat mich richtig angekotzt. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Wir müssen jetzt gegen die Schweizer rein und mal gucken, wer weiterkommt, Polen oder England. Einer von beiden wird derjenige sein, in dem wir, äh, hoffentlich aufs Viertelfinale treffen, wenn ihr mit dabei seid. Ich hoffe mal, äh, wir schaffen ganz viele Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal und haut rein! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017